hallo und herzlich willkommen zu einer runde world of warcraft in der silberbruch mine hier habe ich gute erfahrungen drum gemacht also werden das wieder gute erfahrungen werden gerade beim questen habe ich auch schon zwei nervige allianz heute gesehen am anfang waren sie ja ganz schön hinterhältig der eine hat mich angegriffen ist weg gerannt ich renne hinterher aber man stand zwei leute da haben sie mich kaputt gehauen ja beim zweiten mal habe ich mir gesagt okay jetzt weiß ich es sind zwei leute ein paladin und ein priester also schutz paladin und heilerpriester bei mir dachte ich erst den heilerpriester um aber auch nicht geschaffen kurz bevor tot war hat dann sich wieder voll gehalten oder der paladin folgen ich weiß es nicht auf jeden fall müssen das da mit zauberkratzen kenn ich ja gar nicht kitty habe ich kitty kitty habe ich nicht mach ich mir auch bereit hier auch das ist bin ich die 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 aber es ist ein müde hier dann kommt man genau exakt das noch und groß aber sagt sagt wir haben doch keine zeit und eigentlich den hebel umlegen dass er einen längeren weg fährt wieso man muss es fahrig dann lauf ich aber hinten mit wir haben mit den Hebel um und greifen ganz schnell an der liegt aber auch ganz schön wir okay das war schon mal ein punkt für uns warum legt er den wieder um oh das ist der Anschluss in der ganze und stummen wir den mal und und Wo bin ich denn? Was ist denn gekült? Warum kenn ich doch von gestern? Was ist denn das? Ich bin ein Pfeiler-Dieser. Ich war fast tot. Ah, Lust. Haben sie mich doch noch erwischt. Oh, die Allianz führt. Ja, sehe ich gerade. Okay, du bist langweilig. Das sind immer gute Erfahrungen hier drin. Ach, die sollten ja kämpfen. Die rennen da oben. Die anderen rennen ich auch nach oben. Die rennen ich auch nach oben. Dann rennen ich einfach mal woanders. Vielleicht sind sie mir hinterher. Na gut, okay. Vielleicht killen sie mich auch vorher. So. Ein kurzer Weg. Ach, haben sie umgelegt. Das ist ein langer Weg. Kommt schneller. Let's go. Ich kann noch was vor heute hier. Ach, die ist zu früh loskriegt. So. So. Ich wollte eigentlich den Hebel umlegen, damit sie einen längeren Weg haben. So. Oh, bye-bye. 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 Ich muss den dort trotzdem. Sehr gut. Bye-bye. Ich muss den dort draußen. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Was machen die denn da? Verstehe ich nicht. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. das kann doch nicht wahr sein das kann doch nicht wahr sein das war mal eine Runde so ein Mist nun war ich schlecht ich hoffe euch hat eine Runde gefallen ich würde mich freuen wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid bis 3 wünsche ich euch viel Spaß und auch wieder sehen